Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Marktausblick für die kommende Woche. Schon mal so viel dazu. Nächste Woche steht wirklich eine Menge an. Also wir haben ein paar wichtige News, auf die es nächste Woche auf jeden Fall ankommt. Natürlich auch schauen wir uns die Forex-Märkte an, wir schauen uns die Kryptomärkte und natürlich auch die Stock-Märkte mal etwas genauer an, die alle meiner Meinung nach deutlich, deutlich überhitzt sind. Das könnte aber nächste Woche dann dazu führen, dass wir nächste Woche wirklich mal einen Dump sehen. Deswegen eben auch aufgrund der News, die nächste Woche kommen, wir werfen auf jeden Fall jetzt einen Blick drauf. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinkommen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und aber auch Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, verlieren wir auch jetzt nicht zu viel Zeit. Wir fangen an mit den Forex-Märkten und zwar mit dem DXY, also dem US-Dollar, der, wie wir letzte Woche eben auch darüber gesprochen haben, jetzt erst einmal sein Reversal bekommen hat. Wir haben einen doppelten Boden gebildet, sogar ein minimal tieferes Tief mit einer Bullish-Divergence. Daraufhin deutliche, deutliche Gegenbewegung hier beim DXY. Die Ineffizienz hat er sich noch nicht so gefischt. Das ist eigentlich so das erste Ziel gewesen, was wir für diese Woche auserkoren haben. Das zweite Ziel ist weiterhin hier oben das Golden Pocket bei ungefähr 102 US-Dollar. Das ist so das übergeordnete Ziel, da bleibe ich auch erst einmal dabei und wir brauchen uns da auch nicht zu lange, sage ich mal, mega aufhalten hier. Möglichkeit, dass wir nochmal einen kurzen Rücksetzer sehen, Anfang zu Beginn der Woche und dann weiter die Reise nach oben hin fortsetzen, halte ich natürlich für möglich. Ändert jetzt aber nichts an der grundsätzlichen Strategie für uns, denn wir sind ja weiterhin in den Euro-US-Dollar Long und natürlich Short. Da gehen wir jetzt nämlich direkt mal drauf ein. Wir hatten eigentlich hier einen perfekten Short-Endview, also wirklich hier perfekt. Wir sind unter dieser blauen Linie. Wenn wir da ein bisschen in die Vergangenheit runtergehen, seht ihr hier diese Ineffizienz und diese grüne Box. Die wurde perfekt gehittet. Wir sind aber ein bisschen tiefer hier reingegangen. Ziel habe ich ja gesagt, die 126,6 Entry abgeholt und seitdem schon hier, das muss ich mal noch ein bisschen korrigieren, wir sind noch keine 2% im Plus, aber zumindest 1,2% im Plus. Also der Trade perfekt gelaufen. Take Profits genommen schon 1 und 2 und Stop Loss auf jeden Fall Entry. Jetzt kommt es natürlich darauf an, jetzt haben wir gerade gesehen, okay, die XY kann noch ein bisschen weiter steigen und der Euro weiter fallen. Und da habe ich weiterhin hier die Marke von 1,10 Euro ungefähr im Blick. Das könnte so unser Reversal-Punkt sein. Und dann werden wir auch ungefähr 2% hier erst einmal im Plus. Also der Trade bleibt auf jeden Fall erstmal offen. Ändere jetzt erst einmal nichts daran, gegebenenfalls. Und das ist jetzt eben das, was ich gerade beim DXY gemeint habe. Gehen wir nochmal ganz kurz rüber, dass wir nochmal so einen kurzen Dump in Anführungszeichen kriegen beim DXY, bevor wir dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Würde ich mir überlegen, dass wir gegebenenfalls die Short-Position, die wir hier beim Euro offen haben, gegebenenfalls entweder hier bei den 1,11 Euro oder bei der Marke von 1,09 Euro hier nochmal verdoppeln. Das heißt, so ein kleines Reversal zu Wochenbeginn ist nicht gerade unwahrscheinlich. Auch hier haben wir so einen kleinen doppelten Boden mit einer Bullish-Diversion auf dem 4-Stunden-Timeframe, um dann, sage ich mal, die Reise trotzdem nach unten hin erst einmal fortzusetzen. Die Long-Position bleibt offen. Momentaner Entry 1,9. Gegebenenfalls werden wir die dann hier unten nochmal verdoppeln, weil hier unten dann wieder deutlich, deutlich mehr Support reinkommt. Also die Zone hier unten bei ungefähr 1,10 würde ich im Blick behalten, um die Position einerseits Long zu verdoppeln und aber auch den dritten Take-Profit dann von unserem entweder verdoppelten oder normalen Short beim Euro mitzunehmen. Also das ist jetzt erstmal so das kleine Update. Natürlich können wir dann auch, sollte der Dollar weiter pumpen, können wir dann, oder beziehungsweise erstmal so ein Reversal dann wieder kriegen nach unten hin, können wir dann auch einen US-Dollar, JPY und sowas alles noch mitschorten. Das macht natürlich dann Sinn, aber momentan jetzt erst einmal Euro und US-Dollar, das sind so jetzt für mich die zwei wichtigsten Faktoren, beziehungsweise da laufen die Trades. Darauf warten wir jetzt erst einmal. Und dann würde ich sagen, verlieren wir jetzt auch nicht hier zu viel Zeit, weil das sind jetzt so die wichtigsten Updates. Jetzt gehen wir gleich rüber zu den traditionellen Märkten, aber wir fangen mit dem Dow Jones an. Und der ist jetzt auch perfekt in unserem Short-Bereich angekommen. Also letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ich sehe in der Spitze 35.340 Punkte. Perfekt hier oben jetzt erst einmal angedockt. Short-Signal warte ich ehrlich gesagt noch ein bisschen, weil ich freitags ungern in Trades gehe. Das wisst ihr, freitags in Trades zu gehen ist mir immer so ein bisschen zu heikel, hier irgendwie was zu machen, weil man weiß nie, was über das Wochenende dann noch für News kommen. Und deswegen bin ich hier noch gerade so ein bisschen überlegen, deswegen kam auch noch kein Signal. Ich warte jetzt hier noch ein bisschen ab, aber die Chance hier in den Short einzugehen ist phänomenal groß. Wir hatten hier das Setup von 1,83%. Das würde ich auch gerne erst einmal so belassen. Und die Zone hier oben, das ist unsere Short-Zone. Und wie gesagt, da wird dann wahrscheinlich am Montag oder Dienstag dann erstmal ein Signal kommen, weil ich davon ausgehe, okay, Dollar könnte ja wie gesagt nochmal einen kleinen Rücksetzer machen und dann zum Mittwoch, wenn dann die richtigen News kommen. Und da können wir jetzt gleich mal drauf eingehen, denn am Mittwoch ist dieser Fett-Zinsentscheid wieder. Das kann natürlich für den Dollar wieder deutlichen Aufschwung geben, wisst ihr ja, aber 100% ist schon eingepriesen, dass wir eine Zinserhöhung kriegen. Kann für den Dollar kurzfristige Effekte haben, dass wir da pumpen, das heißt Montag, Dienstag nochmal ein bisschen runter, wäre dann unsere Euro-Short-Verdopplung und dann am Mittwoch, wenn die News rauskommen und Pole dann möglicherweise auch seine Rede hält, dass der Dollar dann nochmal einen kurzen Move nach oben hin macht, bevor er dann wieder deutlich, deutlich nachgibt. Das wären dann diese 102 US-Dollar. Das würde auch für die traditionellen Märkte eben bedeuten, dass wir am Montag, Dienstag gegebenenfalls nochmal ein kleines Leg-Up nach oben hinkriegen, das komplett überspitzen und dann aber hier wirklich, ja, erstmal einen deutlichen, deutlichen Rücksetzer kriegen. Man muss dazu auch sagen, was ich auch so mitbekommen habe, anscheinend werden ab nächste Woche dann die großen oder die Big Nine, sage ich jetzt mal wie Apple, Microsoft etc. pp. in den US-Börsen weniger gewichtet. Das kann natürlich auch nochmal ein bisschen Auswirkungen haben und das würde dann sehr, sehr gut zu den Planen passen, dass wir entweder Montag, Dienstag noch ein bisschen so Sideways, Sidewärtsbewegungen hier sehen und dann eben den Dump in Richtung 34.600 beim Dow Jones bekommen. Also hier perfekt eigentlich für uns zum Shorten. Gehen wir rüber zum SPX und hier haben wir das Gleiche. Also auch hier wurde unser Ziel jetzt komplett erreicht. Das Short-Szenario noch nicht ganz, also 4.600 Punkte haben wir nicht erreicht. Wir waren in der Spitze bei 4.580. Was nicht ist, kann aber noch werden, denn wir haben zwar hier eine minimale Bearish-Divergence auf dem 4-Stunden-Timeframe, aber so ein Doppeltop wäre dann schon nicht ganz schlecht. Also auch hier gehe ich absolut von sinkenden Märkten jetzt erstmal aus. Wir haben die Preisziele fast erreicht von unserem Ascending Triangle. Wir sind in der Widerstandsbox. Also hier dieser signifikanten Widerstandsbox, muss man schon so ganz ehrlicherweise sagen, immer wieder Widerstand gehabt, bevor dann der nächste Dump kam. Also auch hier ist es sehr, sehr gut möglich, dass wir dann erstmal einen deutlichen Dump kriegen in Richtung 4.250 Punkte, bevor wir dann hier nachhaltig ausbrechen. Würde halt alles sehr, sehr gut zu den News derzeit einfach passen. Und jetzt gehen wir gleich mal noch ein bisschen auf die News ein, wenn wir den NDX nochmal durch haben. Auch dort sind wir jetzt in der Shortbox angekommen. Also alles spielt sich momentan genauso ab, wie wir es letzte Woche drüber gesprochen haben. Bullische Woche, Indie-Boxen überall, Rai, Dow Jones, SPX und NDX jetzt hier momentan. Hier haben wir schon einen leichten Abverkauf gesehen. Zum Freitag hin schauen wir uns das Ganze mal prozentual an. Da ging es schon 3% nach unten. Schon viel, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, so ein letztes Leg-Up nach oben kann ich mir noch sehr, sehr gut vorstellen, um hier noch einen Doppeltop reinzukriegen. Oder gegebenenfalls, dass wir hier sagen, okay, von diesen 3% suchen wir uns das Golden Pocket raus und gehen dann hier oben in den Bereich der 15.750 Punkte Short. Das sind so die zwei Szenarien. Entweder, dass wir hier im Golden Pocket Short gehen oder halt den Short Entry dann ein bisschen weiter ans Top hier oben ziehen oder einfach zwei Entries machen. Dann haben wir einfach weniger Risiko, zumindest in diesen Märkten. Und ja, Fett-Zinsentscheid ist nicht die einzige News. Wir haben noch ein paar mehr News und dafür wollte ich hier mal noch auf den Donnerstag eingehen. Also klar, Mittwoch, Fett-Zinsentscheid, 20 Uhr. Darauf kommt es an. 5,5% sind einfach schon eingepriesen. Davon wird ausgegangen. Dann haben wir aber auch am Donnerstag noch Bruttoinlandsprodukt. 1,8% wird hier geschätzt, dass das Bruttoinlandsprodukt steigt. Das heißt niedriger als in Q1 erst einmal. Wir haben die Erstanträge, die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe. Also da kommt schon noch einiges. Freitag müsste jetzt, glaube ich, nichts mehr sein, wenn ich das so richtig sehe. Ja gut, Beschäftigungslöhne, Beschäftigungsvorteile, PCA-Kernrate. Also die Mittwoch, Donnerstag, Freitag wird sehr, sehr heftig werden, was die Märkte, ja, was da für die Märkte alles reinkommt. Und das könnte eben dazu führen, dass wir hier doch mal einen Abverkauf sehen. Ist jetzt nicht mega bearish, möchte ich jetzt auch nicht dazu sagen, aber einfach eine gesunde Korrektur, nachdem die Märkte im Endeffekt die letzten Wochen nur eine Richtung und zwar nach oben hin kannten. Das ist jetzt die entscheidende Woche, würde ich sagen. Nicht nur für die Forex-Märkte, auch für die Stock-Märkte, meiner Meinung nach. Und ja, da gehen wir auch dann gleich rüber zum DAX. Auch hier bin ich ja short schon seit letzter Woche. Mir gefällt das Ganze noch nicht so wirklich. Also klar, wir haben auch hier die Konsolidierung. Die Märkte sind überhitzt. Wir bilden jetzt hier so eine Art Rising Reg derzeit. Märkte halten sich noch stark, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass wir hier, sobald die US-Indizes, und die bröckeln ja schon langsam, da haben wir es beim Nasdaq gesehen, 3% schon runtergegangen. Und ich kann mir auch weiterhin sehr, sehr gut vorstellen, dass der DAX da auch früher oder später einfach einbricht. Deswegen bleibe ich hier weiterhin short. Wenn ihr jetzt noch reingeht, habt ihr immer noch einen besseren Entry als ich. Und gehe weiterhin davon aus, dass wir mindestens die 15.850 bis 15.750 Punkte Marke hier sehen. Und dann erst die Rallye weitersetzen. Ich bin grundsätzlich schon, was das Ganze anbelangt, einerseits ein bisschen skeptisch, weil die Rallye einfach viel, viel zu stark ist. Andererseits ist es einfach auch vielleicht dieser Retail-Gedanke im Hinterkopf immer noch ein bisschen, es kann nicht immer nur nach oben gehen, während alle dann auf diesen Crash warten. Er kommt nicht, es haben immer alle auf Crash gewartet und er kam einfach nicht. Das meine ich damit, wir sind trotzdem noch mal zu frühzeitig eingestiegen. Aber vielleicht ist es auch dieser kleine Retail-Gedanke. Also es soll, wie gesagt, nicht zu bearish sein. Ich bin grundsätzlich schon die ganze Sache einigermaßen bullish. Politisch, Rezession und sowas. Sollte ja so gut wie abgewendet sein, wenn man das alles so mitbekommt. Aber trotzdem, ich weiß nicht, irgendwann früher oder später wird die FED sowieso wieder das Gelddrucken anfangen. Aber so eine kleine Korrektur wäre jetzt nicht gerade mega bearish. Einfach gesunde Korrektur. Vor allem auch hier beim DAX. Höheres Tief endlich mal wieder. Nachdem wir hier diesen Downtrend, sei ich jetzt mal gebildet haben, höheres Tief und dann die Reise nach oben Richtung neues All-Time-High fortsetzen. Aber wie gesagt, auch hier im Korrektur-Modus ab Dienstag, Mittwoch rum, rechne ich da schon mit. Wir kennen es ja, Montag, False Move, Monday. Immer sehr, sehr gut geeignet, um die Kurse nochmal zu pushen, bevor wir dann eben diesen Abverkauf sehen. Gehen wir rüber zum Gold-Chart. Hier sind wir auch ein bisschen überstrapaziert worden, meiner Meinung nach. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier hoch die Box nochmal komplett überschreiten. Wir sind ja erst hier aus diesem, nee, was war es? Inverse Head & Shoulders hier aus diesem Bereich ausgebrochen. Komplett auch Preisziel erreicht, alles schön und gut. Und jetzt bleibe ich weiterhin hier unten bei unserer Verdopplung. Also das heißt, ich sehe das Ziel hier, die 1.940, würde vielleicht auch nochmal dazu passen. Wir sehen steigende Märkte und sowas. Das Gold nochmal ein bisschen nachlässt, aber dieser Bereich hier unten, deswegen habe ich es auch reingeschrieben, oder letzte Woche schon Trendwende, Verdopplung. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir dieses Ziel von 1.940 erreichen. Hier unten wird dann die Gold-Position nochmal verdoppelt. Wäre auch nochmal ein guter Re-Entry, meiner Meinung nach. Wir haben hier ein schönes Void noch gebildet. Also sehr, sehr viel Support auch in dieser Zone durch diese 4 Stunden die Mahnzone. Volumen geht runter. Also es wäre schon sehr, sehr gut, wenn wir diesen Bereich hier einfach nochmal testen und dann Gold in Richtung neuer All-Time-Highs vorstößt. Also das ist weiterhin der Plan, davon gehe ich auch aus. Mindestziel sind dann hier die 2009 bis 2015 US-Dollar. Also hier bleibe ich bullish. Kein Short, jetzt erstmal weiteres geplant. Wir suchen uns die Verdopplung hier unten, beziehungsweise hier im Trendwende-Bereich, um dann, sage ich mal, die Reise nach oben hin Richtung All-Time-High fortzusetzen. Also hier bleibe ich auf jeden Fall extrem, extrem bullish, was, sage ich mal, die nächsten Wochen, Monate angeht. Hat natürlich auch damit zu tun, Brick starten im August, goldgedeckte Währung, die hier immer mehr ausgebaut wird, beziehungsweise immer mehr News rauskommen. Also da bin ich auf jeden Fall deutlich, deutlich bullischer. So, und jetzt, weil es heute noch kein Update-Video gab, gehen wir rüber zum Bitcoin. Und da ist weiterhin auf Messerschneide, meiner Meinung nach. Also wir befinden uns weiterhin in dieser Seitwärtsphase. Kein wirkliches Breakout nach oben oder nach unten. Wir gehen ganz kurz auf einen Daily-Time-Frame. Wir struggeln hier halt schon extrem. Und ich habe es ja in die Gruppe geschrieben, die nächsten Long-Entries sind bei mir geplant, 29.300 bis ungefähr 28.800. Das ist die Zielzone, die für Longs interessant wird hier unten, auch wo diese grüne Box ist. Auf einem 4-Stunden-Time-Frame sieht man das ein bisschen eher. Hier haben wir noch eine Ineffizienz, hier haben wir eine schöne grünere Support-Zone. Also das sind die Ziele, die ich weiterhin auserkoren habe, um hier einen Long reinzumachen. Wir haben eine Menge Stop-Losses hier unten unter diesem Bereich. Sieht man auch schön an der Heatmap. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal noch ein bisschen in Seitenlinie. Verdopplung ist noch nicht angeplant von unserer 25k-Position. Könnte aber dann in diesem Bereich oder eben bei den 27k deutlich, deutlich interessanter werden. Wir haben es nicht geschafft, die letzten Tage hier über die Marke von 30.400 US-Dollar zu kommen. Bin aber grundsätzlich, auch wenn wir jetzt diesen Breakdown kriegen sollten, hier runter bin ich weiterhin bullish, dass wir immer noch die Marke von, ich sage jetzt mal, 32.000 bis 34.000 US-Dollar nochmal antesten könnten. So ein kleines Fake-Out aus der Range. Ich weiß, viele sehen da momentan wieder das Wyckoff-Pattern. Ist natürlich möglich. Trotzdem, ich bleibe hier erstmal auch bei der bullischen Seite, meiner Meinung nach. Also es gibt momentan wenig Bearishers, bis auf die vielen Longs oder so, oder viele, die hier im Endeffekt weiterhin kaufen. Das ist der einzige Negativpunkt, aber trotzdem für mich Fake-Out nach unten und dann Raketenabfahrt Richtung 32.800 oder 34.000 US-Dollar. Mehr gibt es momentan nicht zu sagen, die Range gilt. Solange wir hier kein wirklich nachhaltiges Break-Out sehen, bleibe ich erstmal auf der bullischen Seite. Gut, und damit würde ich sagen, war es das wieder für den Marktausblick. Also ihr seht, momentan eher ein bisschen shortlastig, zumindest ab Mitte der Woche wegen Fettsinsenscheid, Bruttoinlandsprodukt, was weiß ich, was da noch alles kommt. Ihr habt es gesehen. Steht eine interessante Woche uns bevor. Vor allem auch trade-technisch könnte sich diese Woche deutlich, deutlich mehr tun. Also nächste Woche deutlich mehr tun als diese Woche. Und damit würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und gerne in die kostenlose Telegram-Gruppe reinjoinen. Und dann war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Samstag noch. Lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns dann morgen früh entweder zu einem Update-Video wieder oder zu irgendwas anderem. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay creative.